Und weiter geht es mit der nächsten Mission. Ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, im vorigen Teil war der Anfang einfach mal dermaßen geil. Ich war so geflasht von dieser richtig geilen Grafik und auch das Abschießen hat richtig Bock gemacht. Und der zweite Teil war dann mehr oder weniger ein bisschen langweiliger, fand ich ein bisschen schade. Aber egal, das Spiel ist ein Multiplayer-Shooter. Das ist einfach nur eine Kampagne, die da ist, weil sie da ist. Da verlange ich nichts Großartiges, aber sie haut rein. Sie ist richtig, richtig geil. Richtig geil. Also bislang waren die Missionen relativ cool, auch vor allem abwechslungsreich. Nette Geschichte, aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich sie Ihnen aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gar nicht was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizierschoss. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Sie sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Furcht. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Okay. Mal gucken, wie jetzt diese Mission aussehen wird. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, jetzt bei den fortlaufenden Videos auch in diesem. Und im vorigen habe ich schon ausprobiert, in den Zwischensequenzen den Ton anzuheben. Weil ich da keinen Einfluss auf die Lautstärke habe. Mal gucken, ob das klappt. Oh. Schon wieder ein ganz anderer Ort. Noch keine Waffenlaster? Nee. Die Müllen des Schicksals malen langsam. Missfällt hier, A-Maker. Ich höre. Missfällt, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrivans Regiment die Jaffee-Brücke eingenommen. Dadurch sind Missfällt und Helmutka in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kulschir-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit, auszusteigen. Verstanden. Da ist Tame-Maker. Los geht's. Alle Missfällt-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole, Mission startet. Sir. Verstanden. Blackburn. Nimm den Mörser. Jo. Los. 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 Aber ich bin jetzt schon wieder geil. Aufpassen! Nimm die Steinmauer unter dem Überfluss, als Bezugsbau. Oh mein Gott. Halt's Maul, alles explodiert, alles springt in die Luft, alles wird auch noch in die Luft gesprengt. Boah, alles hat jetzt mit dieser Mauer. Ich geh zum Feuer. Ja! Ich geh zum Feuer. Geil! Wie ein Puber! Geil, ich bin so. Und jetzt rüber über die Mauer. Los, wir machen das! Was ist jetzt da los? Oh mein Gott, ich bin geblendet, ich seh nichts. Was ist das da oben? Oh mein Gott, sie haben mich gesehen, sie haben mich gesehen. Ja, dick. Ich bin geblendet, ich bin geblendet. Ich bin geblendet, ich bin geblendet. Hab ich ihn? Schieb doch! Mensch! Ich bin geblendet, ich bin geblendet. Ich bin geblendet, ich bin geblendet, ich bin geblendet. Ich bin geblendet, ich bin geblendet. Ich bin geblendet, ich bin geblendet, ich bin geblendet. Ich bin nicht mehr aufgerissen. Alter, ich bin nicht mehr aufgerissen. Ach! okay dickes ding jetzt ist es jetzt immer ein bisschen heller Bernhard verpackt abhören und ich bin bereit auf den scheiß und die freundschaft eingebrochen warum jetzt ist alles in Ordnung du bist Marine bisschen hinter kommt doch sichert euch aber auch immer ab wie die größten Muschis was ist hier denn jetzt Mensch kommt war ich wohl schneller als die Gegner unsere Männer noch ausstehen Apartment sicher 1-3 entfernt für diese Mission von Missfitten rein da rein da ist schon ein bisschen schneller jetzt fahren wir hier erstmal scheinbar in den Tunnel das wäre ganz geil wenn so eine Mission mal grob um die 15 Minuten gehen würde wäre es mal perfekt für die Videos auf der Straße ich weiß wie das aussieht der Falter war es doch gerade von uns da aber scheinbar nicht bei der Falz wir können Sie nicht überraschen wenn wir abwarten wir müssen die Initiative ergreifen ich habe mich gerade zugestimmt für Marietal zu beraten warum erschießen wir uns nicht selbst und nehmen ihn die Arbeit an nach oben ehrlich gesagt höre ich noch nicht die nötige Aggression Schöpfen an ich kann weiter ich bin nicht Scheiße wo ist der hin verstanden 3-3 umkehren nicht nötig wir schieben die Kamer auf dem Weg aus du hast es gehört halt ab